Also so ein bisschen der Arsch bremmt. Also ich muss pissen. Instehen. Ich hab 12,4 Kilometer auf der Autobahn zu fahren, wohl mehr. So, dass ich hier neben mir einsteigen kann, da ich rüber möchte. Ja genau, also unser Abstand. Sehr gut. Perfekt. Frühzeit blinken bei so einem ficken Wetter. Fuff. Fertig. 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 Aber was erinnert dich das? Ey, ich stoppe mal kurz. Ist das mein Handy gewesen? Das ist dein Handy gewesen. Digga, wo ist mein Handy? Steh mal kurz auf, ist das mein Handy eingeblieben? Ach nee, ich hab ja die Hosentasche. Nice. Ich muss mal kurz ein Verteiler hier. Dann gehst mal kurz hier auf. Nee, brauch das gleich nochmal hier. So mit einem Bruder und zwei Skabel für mein Lö-Handy. So ein... Genau. Mann, bin ich gut.